Guten Morgen! Jetzt geht es für mich zum Flughafen, also erstmal zur Bahn und dann mit der Bahn nach Düsseldorf auf nach Madeira. Und ich nehme euch mit, was ich so erleben werde. Ich ziehe erstmal einmal über die Straße rüber. Ja, mal gucken, was alles passieren wird. Viel Spaß beim Vlog! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Auf Madeira angekommen heißt es mit dem Shuttlebus zum Mietwagen verleihen. Willkommen aus unserem Mietwagen. Am Steuer ist liebe Mareike, das hier Instagram. Auf dem Beifahrer sitzt der liebe Martin, das ist sein Instagram. Wir sind gerade gelandet in Funchal, haben unseren Mietwagen geholt und fahren jetzt aus dem Süden der Insel Madeira in den Norden zu unserem Airbnb. Dort treffen wir die anderen, die mit uns reisen, essen dort ein bisschen und fahren dann wieder zurück, um den letzten Reisenden abzuholen, den lieben Kevin. Bevor es in den Norden geht zu unserem Airbnb, müssen wir noch einkaufen und wenigstens Essen für den allerersten Abend besorgen. Hallo! Grüße... Untertitelung des ZDF für funk, 2017